Das ist Dingo. Dingo hat zwei Schwestern, ist Mitglied der Husky-Gang und er liebt es zu zocken. Ah, ich hab schon mal Bandagen. Ah, ich bin gestorben, so ein Scheiß! Ich zocke ganz viele Spiele, PlayerUnknown's Battlegrounds, Dead by Daylight, GTA Battlefield, alles mögliche, weil ich es liebe zu zocken. Meistens zockt Dingo das ganze Wochenende komplett durch, weil er unbedingt leveln muss und total süchtig nach dem Spiel ist. Was spielst du da? PlayerUnknown's Battlegrounds Oh cool, kann ich mitspielen? Nein, kannst du nicht. Ich muss leveln, also störe mich jetzt nicht beim Spielen. Aber, aber ich hab doch nur gefragt. Trotzdem, du sollst mich nicht beim Spielen stören. Das hier ist wichtig. Ich will leveln und also nerv mich nicht. Tut mir leid. So, dann werde ich mir mal jetzt eine Waffe besuchen. Ja, der Dingo, der möchte ja auch gerne mal später mit mir zusammen Let's Plays machen. Und darauf freue ich mich auch schon. Allerdings, so wie es jetzt abläuft, ne, also er zockt das ganze Wochenende. Er spielt Spiele ab 18. Ab 18! Der Junge ist noch minderjährig. Und dann spielt der Ballerspiel das ganze Wochenende lang. Das ist ja schlecht gelaunt. Das ist ja nicht gesund. Das ist dann nicht mal einfach nur so ein Let's Play aufnehmen. Nee, das ist schon richtiges Durchsuchten. Und nee, das ist nicht schön. Wir hoffen, dass Dingo eines Tages mal zu Vernunft kommt und nicht immer das ganze Wochenende durchzockt. Weil das ist nicht gut. Schon gar keine Spiele ab 18, da der Dingo ja noch minderjährig ist. Bis dahin wünschen wir dem Dingo trotzdem alles Gute für die Zukunft. Scheiße! Da sind Gegner hinter mir! Fickt euch ins Knie!